Herzlich Willkommen, ich öffne ein Terminal, klicke auf Anwendungen, Zubehör, Terminal. Das Tool Paste möchte ich jetzt kurz vorstellen. Paste kennt wahrscheinlich jeder von Copy & Paste, Kopieren und Einfügen. Paste fügt die Zeilen unterschiedlicher Dateien zusammen. Eine kurze Beschreibung bekommt man per Paste Leerzeichen minus minus help. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ich habe hier zwei Textdateien, cat Leerzeichen 1.txt und die zweite Textdatei. Und wenn ich jetzt Paste, Leerzeichen, erste Textdatei, Leerzeichen, zweite Textdatei aufrufe, werden die erste Zeile der ersten Datei und die erste Zeile der zweiten Datei in einer Zeile in der Ausgabe zusammengefügt. Getrennt durch ein Tape und so weiter und so fort. Mittels der Option minus D kann man Tape durch ein bestimmtes Trennzeichen ersetzen. Zum Beispiel minus D minus Zeichen oder durch ein Sternchen, was man halt möchte. Beabsichtigt man das Ergebnis in eine neue Datei zu schreiben, fügt man jeweils Leerzeichen, größer als Leerzeichen, Dateiname hinzu. Ciao und viel Glück! Vielen Dank!